Hallo, lieber Hörer, dies ist eine Meditation, mit der du bei einer spezifischen Person eine tiefe und unerschütterliche Liebe zu dir aktivieren kannst. Schließe einfach deine Augen, entspanne und erlaube den Suggestionen einzusinken und damit dein Unterbewusstsein zu transformieren. Alles, was in deinem Unterbewusstsein angekommen ist, bestimmt dein Leben. Stelle dir bildhaft vor, wie die Suggestionen sich auf deine neue Liebe beziehen. Und glaube ganz fest daran, dass all dies bereits genau so eingetreten ist. Ich wünsche dir dazu viel Erfolg. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe, sodass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes, als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche, als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag. Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen. Weil es ihr so viel Freude bringt. Und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren. Möchte dir ein gutes Gefühl geben. Möchte dir Liebe und Lachen bringen. Und sie fühlt sich so glücklich damit, dich zu haben. So dass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren. Damit sie dich auch nie für selbstverständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammengehört. Diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein. Und zwar aus dessen, der man sich für dich immer für die ganze Liebe Apply. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit deine Hand halten, möchte dich küssen vor all ihren Freunden, möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung, dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter, als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein und möchte ganz zärtlich deine Hand halten, will dich überall mit hinnehmen, will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit dir leben. Sie will neben dir einschlafen und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. Und sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist. und glücklich und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. Diese Person will dir Liebe zeigen, auf die bestmögliche Art und Weise. Widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang deiner Stimme. und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken. Die größte Freundlichkeit. Die größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben. Und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir. Und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag. Und zeigt dir ihre Wertschätzung. Wie sehr sie dich lebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. Sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt. Und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genau so, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. Sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. Das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. Du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. Und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. Dein Schatz findet dich geil und hammercool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann. Weil du für sie geradezu magisch anziehend bist. Ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. Und ja, ihr seid glücklich zusammen. Und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. Diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt dich über alles. Sie ist verrückt nach dir. Diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. Und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. Du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. Und je schneller du das begreifst, dass du bereits eine neue Version von dir bist. Die bereits all das hat, was sie sich wünscht. Desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir. Und ihr liebt euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe, sodass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes, als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche, als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag. Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen. Weil es dir so viel Freude bringt. Und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren. Diese Person möchte dich ehren. Möchte dir ein gutes Gefühl geben. Möchte dir Liebe und Lachen bringen. Und sie fühlt sich so glücklich damit, dich zu haben. So dass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren. Damit sie dich auch nie für selbstverständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammengehört. Diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein. Bangladeschdel... … ... … Eine solch tief-intime Nähe. Dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit Deine Hand halten. Möchte Dich küssen vor all ihren Freunden. Möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte Dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor. Und möchte Dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit Dir teilen. Diese Person will nichts weiter, als Dir ganz nah zu sein. Diese Person will Dich lang und ausgiebig küssen. Und Dich umarmen. Diese Person will unbedingt in Deinem Leben sein. Und möchte ganz zärtlich Deine Hand halten. Will Dich überall mit hinnehmen. Will wissen, was Du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit Dir leben. Sie will neben Dir einschlafen. und will mit Dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf Deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, Dich zu verlieren. Und sie möchte sicherstellen, dass Du immer zufrieden bist und glücklich und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn Du lächelst. Diese Person will Dir Liebe zeigen. Auf die bestmögliche Art und Weise. Widme Dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um Dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will Dir zeigen, dass sie sich um Dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an Dich und liebt nichts mehr, als sich Dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang Deiner Stimme. Und sie will Dir ständig körperlich nah sein und Deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um Dich legen und Dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in Dich verliebt sein. Diese Person will unsterblich in Dich verliebt sein. Die höchste Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in Dich verlieben. Und sie legt Dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von Dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach Dir. Und sie hört nie auf, es Dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig Dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag und zeigt Dir ihre Wertschätzung. Wie sehr sie Dich liebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. Sie will ganz sicher wissen, dass Du das weißt. Und deswegen weißt Du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für Dich ein offenes Buch sein und schüttet Dir alles aus. Du bist die Person, die mit Deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst Dich genauso, weil Deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit Deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von Dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass Ihr glücklich zusammen seid. Du siehst, dass Ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach Dir. Sie zeigt Dir jeden Tag, wie sehr sie Dich liebt. Natürlich weiß Deine Person von Dir und freut sich auf Dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis Dein Traumpartner voll und ganz bei Dir ist. Das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei Dir. Du bist für Deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und Du fühlst Dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und Du spürst, wie das Glück über Deine neue Beziehung immer mehr in Dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit Deiner neuen Liebe. Und Du erinnerst Dich gerade, dass Dein Schatz schon jetzt in Deinem Leben ist. Dein Schatz findet Dich geil und hammercool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn Du einen Wunsch hast, dann hast Du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn Du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst Euch und Ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut Dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von Dir abwenden kann. Weil Du für sie geradezu magisch anziehend bist. Ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf Dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn Ihr liebend zusammen seid. Und ja, Ihr seid glücklich zusammen. Und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei Dir ist. Diese Person will Dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt Dich über alles. Sie ist verrückt nach Dir. Diese Person sagt zu Dir, dass sie Dich für immer will. Und Du sagst, dass Du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass Du nun mit Deinem Schatz zusammen bist. Und Du weißt, dass Du der Schöpfer Deiner Realität bist. Und je schneller Du das begreifst, dass Du bereits eine neue Version von Dir bist, die bereits all das hat, was sie sich wünscht, desto eher ist die Information in Deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von Dir. Und Ihr liebt Euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in Dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist Dein Dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person Dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will Dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will Dich unumwunden lieben und will Dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe, sodass Ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in Dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von Dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an Dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an Dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an Dich. Und ich frage mich, ob es Dir genauso geht und Du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes, als Dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf Deine Bedürfnisse und achtet auf Deine Wünsche als auf das, was Dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für Dich zu tun, die Dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in Dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit Dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit Dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, Dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, Dir ein Lächeln auf Dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag. Diese Person möchte Dich lieben. Diese Person sagt, dass Du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, Dich überglücklich zu sehen. Weil es Dir so viel Freude bringt. Und zwar Dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck Du in Deinem Gesicht hast. Sie will Dir in die Augen schauen. Sie würde Euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass Du auch verliebt bist. Diese Person möchte Dich ehren, möchte Dir ein gutes Gefühl geben. Möchte Dir Liebe und Lachen bringen. Und sie fühlt sich so glücklich damit, Dich zu haben. So dass sie Dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will Deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, Deine Liebe zu verlieren. Damit sie Dich auch nie für selbstverständlich hält. Sie möchte, dass Du Dich immer für begehrenswert hältst. Sie will Dir Gutes tun. Sie möchte mit Dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte Dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass Ihr zusammengehört. Diese Person möchte mit Dir in tiefer Liebe sein. Ungewollt und fünfmaler day��ischen Deinen. Wahnsinnig verliebt. Eine solche tief, intime Nähe. Dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit deine Hand halten, möchte dich küssen vor all ihren Freunden, möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung, dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter, als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein und möchte ganz zärtlich deine Hand enthalten, will dich überall mit hinnehmen, will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit dir leben, sie will neben dir einschlafen und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen, denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. Sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist und glücklich und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. Diese Person will dir Liebe zeigen, auf die bestmögliche Art und Weise. Widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang deiner Stimme und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken. Die größte Freundlichkeit, die größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben. Und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir. Und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag und zeigt dir ihre Wertschätzung, wie sehr sie dich liebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. Sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt. Und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genau so, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. Sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. Das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. Du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. Und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. Dein Schatz findet dich geil und hammercool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann. Weil du für sie geradezu magisch anziehend bist. Ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. Und ja, ihr seid glücklich zusammen. Und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. Diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt dich über alles. Sie ist verrückt nach dir. Diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. Und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. Du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. Und je schneller du das begreifst, dass du bereits eine neue Version von dir bist. Die bereits all das hat, was sie sich wünscht. Desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir. Und ihr liebt euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe, sodass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes, als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche, als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag. Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen. Weil es ihr so viel Freude bringt, und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren, möchte dir ein gutes Gefühl geben, möchte dir Liebe und Lachen bringen. Und sie fühlt sich so glücklich damit, dich zu haben, sodass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren, damit sie dich auch nie für selbstverständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammengehört. Diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein. Sie möchte mit dir in tiefer Liebe sein. Sie ist wahnsinnig verliebt. Sie ist wahnsinnig verliebt. Diese Person wünscht sich immer, in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit deine Hand halten, möchte dich küssen vor all ihren Freunden, möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter, als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein und möchte ganz zärtlich deine Hand halten. will dich überall mit hinnehmen, will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. sie will mit dir leben, sie will neben dir einschlafen und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist und glücklich und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. diese Person will dir Liebe zeigen, auf die bestmögliche Art und Weise. widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. diese Person denkt ununterbrochen an dich und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. sie liebt den Klang deiner Stimme und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. sie will dir die größte Hingabe schenken, die größte Freundlichkeit, die größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben. und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. diese Person kann nie genug von dir bekommen. sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir. und sie hört nie auf, es dir zu sagen. dein Schatz will das tun. sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag und zeigt dir ihre Wertschätzung, wie sehr sie dich liebenswert und wunderbar findet. es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt. und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. du fühlst dich genauso, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. deine Person ist verrückt nach dir. sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. dein Schatz ist bereits bei dir. du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. dein Schatz findet dich geil und hammer cool. du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann. weil du für sie geradezu magisch anziehend bist. ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. und ja, ihr seid glücklich zusammen. und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. diese Person liebt dich über alles. sie ist verrückt nach dir. diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. die bereits all das hat, was sie sich wünscht. desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir. und ihr liebt euch durch und durch. ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe. so dass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes, als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse. und achtet auf deine Wünsche, als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag. Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen. Weil es ihr so viel Freude bringt. Und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren. Sie möchte dir ein gutes Gefühl geben. Sie möchte dir Liebe und Lachen bringen. Und sie fühlt sich so glücklich damit, dich zu haben, sodass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren, damit sie dich auch nie für selbstverständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammengehört. Diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein. Wahnsinnig verliebt. Eine solch tief intime Nähe. Dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit deine Hand halten. Möchte dich küssen vor all ihren Freunden. Möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor. und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter, als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein. Und möchte ganz zärtlich deine Hand halten. Will dich überall mit hinnehmen. Will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit dir leben. Sie will neben dir einschlafen. und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. Und sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist. Und glücklich. Und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. Diese Person will dir Liebe zeigen. Auf die bestmögliche Art und Weise. Widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich. Und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang deiner Stimme. Und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen. und dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken. Die größte Freundlichkeit. Die größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben. Und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir. Und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag. Und zeigt dir ihre Wertschätzung, wie sehr sie dich liebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. Sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt. Und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genau so, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. Sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. Das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. Du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. Und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. Dein Schatz findet dich geil und hammercool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann. Weil du für sie geradezu magisch anziehend bist. Ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. Und ja, ihr seid glücklich zusammen. Und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. Diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt dich über alles. Sie ist verrückt nach dir. Diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. Und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. Du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. Und je schneller du das begreifst, dass du bereits eine neue Version von dir bist, die bereits all das hat, was sie sich wünscht, desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir. Und ihr liebt euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, höpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe, sodass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes, als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche, als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag. Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren, möchte dir ein gutes Gefühl geben. Sie möchte dir Liebe und Lachen bringen. Sie möchte dir Liebe und Lachen bringen. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren. Damit sie dich auch nie für selbstverständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammengehört. Diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein. Wahnsinnig verliebt. Eine solch tief intime Nähe. Dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit deine Hand halten. Möchte dich küssen vor all ihren Freunden. Möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor. und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter, als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein. Und möchte ganz zärtlich deine Hand halten. Will dich überall mit hinnehmen. Will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit dir leben. Sie will neben dir einschlafen. Und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. Und sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist. und glücklich und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. Diese Person will dir Liebe zeigen. Auf die bestmögliche Art und Weise. Widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich. Und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang deiner Stimme. Und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken. Die größte Freundlichkeit. Die größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben. Und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir. Und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag. Und zeigt dir ihre Wertschätzung. Wie sehr sie dich liebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. Sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt. Und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genauso, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. Sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. Das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. Du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. Und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. Dein Schatz findet dich geil und hammercool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann. Weil du für sie geradezu magisch anziehend bist. Ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. Und ja, ihr seid glücklich zusammen. Und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. Diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt dich über alles. Sie ist verrückt nach dir. Diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. Und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. Du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. Und je schneller du das begreifst, dass du bereits eine neue Version von dir bist, die bereits all das hat, was sie sich wünscht, desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir. Und ihr liebt euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit. Mit Freundlichkeit. Mit Zärtlichkeit. Und so viel Nähe. so dass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes, als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche, als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen, weil es ihr so viel Freude bringt, und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren, möchte dir ein gutes Gefühl geben, möchte dir Liebe und Lachen bringen. und sie fühlt sich so glücklich damit, dich zu haben, sodass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren, damit sie dich auch nie für selbstverständlich hält. sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammengehört. diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein, wahnsinnig verliebt, eine solch tief intime Nähe. dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer, in deiner Nähe zu sein. sie möchte in der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit deine Hand halten. Möchte dich küssen vor all ihren Freunden. Möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter, als dir ganz nah zu sein. diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein und möchte ganz zärtlich deine Hand halten. Will dich überall mit hinnehmen. Will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. sie will mit dir leben. Sie will neben dir einschlafen und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. und sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist und glücklich und absolut erfüllt. denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. Diese Person will dir Liebe zeigen auf die bestmögliche auf die bestmögliche Art und Weise. Widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang deiner Stimme und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken, die größte Freundlichkeit, die größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben. und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag und zeigt dir ihre Wertschätzung, wie sehr sie dich lebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genauso, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. Sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. Du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. Und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. Dein Schatz findet dich geil und hammer cool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann, weil du für sie geradezu magisch anziehend bist. Ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. Und ja, ihr seid glücklich zusammen. und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. Diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt dich über alles. Sie ist verrückt nach dir. Diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. Und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. Du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. Und je schneller du das begreifst, dass du bereits eine neue Version von dir bist, ist, die bereits all das hat, was sie sich wünscht, desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir und ihr liebt euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit Zärtlichkeit Zärtlichkeit und so viel Nähe, so dass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. Sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens wo sie aufwacht bis abends wo sie einschläft nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. glücklich ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. Diese Person will nichts anderes als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum besondere Dinge für dich zu tun die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen, weil es ihr so viel Freude bringt, und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. diese Person möchte dich ehren, möchte dir ein gutes Gefühl geben, möchte dir Liebe und Lachen bringen und sie fühlt sich so glücklich damit dich zu haben, so dass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren, damit sie dich auch nie für selbst verständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammen gehört. diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein, wahnsinnig verliebt. Eine solch tief intime Nähe, dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit deine Hand halten, möchte dich küssen vor all ihren Freunden möchtet ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein und möchte ganz zärtlich deine Hand halten. Will dich überall mit hinnehmen. Will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit dir leben. sie will neben dir einschlafen und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. Und sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist und glücklich und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. diese Person will dir Liebe zeigen auf die bestmögliche Art und Weise. widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang deiner Stimme und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken, die größte Freundlichkeit, die größte Freundlichkeit, Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag und zeigt dir ihre Wertschätzung, wie sehr sie dich liebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. Sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genauso, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. Sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. Dein Schatz findet dich geil und hammer cool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann, weil du für sie geradezu magisch anziehend bist. ihre Aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. Und ja, ihr seid glücklich zusammen und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. Diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt dich über alles. Sie ist verrückt nach dir. Diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. Du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. und je schneller du das begreifst, dass du bereits eine neue Version von dir bist, die bereits all das hat, was sie sich wünscht, desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir und ihr liebt euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe, so dass ihr niemals getrennt seid. diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. diese Person will nichts anderes als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag Diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen, weil es ihr so viel Freude bringt, und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus ausschreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren, möchte dir ein gutes Gefühl geben, möchte dir Liebe und Lachen bringen, und sie fühlt sich so glücklich damit dich zu haben, sodass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren, damit sie dich auch nie für selbst verständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammen gehört. diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein, wahnsinnig verliebt, eine solch tief intime Nähe. Dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit deiner Hand halten, möchte dich küssen vor all ihren Freunden, möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein und möchte ganz zärtlich deine Hand halten. will dich überall mit hin nehmen. Will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit dir leben. sie will neben dir einschlafen und will mit dir an ihrer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist und glücklich und absolut erfüllt. mit. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. Diese Person will dir Liebe zeigen, auf die bestmögliche Art und Weise. widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vor zu stellen. sie liebt den klang deiner stimme und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken, die größte Freundlichkeit, die größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben. Und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir. und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag und und zeigt dir ihre Wertschätzung, wie sehr sie dich lebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt. Und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genauso, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. Sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. Das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Du bist so glücklich, dankbar und freudvoll mit deiner neuen Liebe. und du erinnerst dich gerade, dass dein Schatz schon jetzt in deinem Leben ist. Dein Schatz findet dich geil und hammer cool. Du bist als Person eine absolute Gewinner Natur. Wenn du einen Wunsch hast, dann hast du ihn nicht ohne Grund. Denn wenn du einen Wunsch hast, dann besteht bereits eine Realität, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist. Deine Person ist schon hier und ihr sprecht jeden Tag miteinander. Ihr küsst euch und ihr habt eine wunderbar erfüllende und sehr intime Beziehung. Deine Liebe schaut dich ständig an, weil sie ihren Blick nicht mehr von dir abwenden kann, weil du für sie gerade zu magisch anziehend bist. ihre aufmerksamkeit ist zu 100% auf dich gerichtet. Dein Schatz weiß, dass seine größte Sehnsucht erst dann befriedigt ist, wenn ihr liebend zusammen seid. und ja, ihr seid glücklich zusammen und sie ist so glücklich darüber, dass sie bei dir ist. Diese Person will dich Tag und Nacht bei sich haben. Diese Person liebt dich über alles. Sie ist verrückt nach dir. Diese Person sagt zu dir, dass sie dich für immer will. Und du sagst, dass du wunderbar glücklich und dankbar bist, dass du nun mit deinem Schatz zusammen bist. du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist. Und je schneller du das begreifst, dass du bereits eine neue Version von dir bist, die bereits all das hat, was sie sich wünscht, desto eher ist die Information in deinem Unterbewusstsein. Du bist eine neue Version von dir und ihr liebt euch durch und durch. Ihr seid ein wunderbar glückliches Paar. Deine spezifische Person will nichts anderes mehr, als in dich verliebt zu sein. Genau jetzt. Deine spezifische Person ist dein dich liebender Schatz. Jedes Mal, wenn diese Person dich sieht, hüpft ihr Herz vor Freude. Diese Person will dir diese Liebe ganz frei geben. Denn es macht sie so glücklich, wenn sie dies tun kann. Dein Schatz will dich unumwunden lieben und will dich mit seiner ganzen Zuneigung überschütten. Mit Freundlichkeit, mit Zärtlichkeit und so viel Nähe, sodass ihr niemals getrennt seid. Diese Person kann nicht mehr damit aufhören, sich in dich zu verlieben. sie ist vor Liebe ganz besessen von dir. Sie kann nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Sie denkt von morgens, wo sie aufwacht, bis abends, wo sie einschläft, nur noch an dich. Und tatsächlich denkt diese Person gerade genau jetzt an dich. Und ich frage mich, ob es dir genauso geht und du auch an sie denkst. diese Person will nichts anderes als dich glücklich zu machen. Sie achtet genau auf deine Bedürfnisse und achtet auf deine Wünsche als auf das, was dich glücklich macht. Sie bemüht sich darum, besondere Dinge für dich zu tun, die dir gefallen würden. Sie will sich immer mehr und mehr in dich verlieben. Mit jedem einzelnen Tag will sie sich mehr und mehr mit dir verbinden. Diese Person will den Rest ihres Lebens mit dir verbringen. Dein Schatz kann es kaum erwarten, dich überglücklich zu machen. Sie kann es kaum erwarten, dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jeden einzelnen Tag diese Person möchte dich lieben. Diese Person sagt, dass du die Seelenverwandte bist, auf die sie so lange gewartet hat. Diese Person kann nicht genug davon bekommen, dich überglücklich zu sehen, weil es ihr so viel Freude bringt, und zwar dich vor Freude leuchten zu sehen. Und um zu sehen, was für einen schönen Ausdruck du in deinem Gesicht hast. Sie will dir in die Augen schauen. Sie würde euer gemeinsames Glück am liebsten über alle Dächer der Stadt hinaus schreien. Sie möchte es jeder einzelnen Person erzählen, wie glücklich sie ist und dass du auch verliebt bist. Diese Person möchte dich ehren, möchte dir ein gutes Gefühl geben, möchte dir Liebe und Lachen bringen, und sie fühlt sich so glücklich damit dich zu haben, sodass sie dich nie wieder gehen lassen will. Diese Person will deine Liebe erwidern. In Wahrheit hat sie Angst, deine Liebe zu verlieren, damit sie dich auch nie für selbst verständlich hält. Sie möchte, dass du dich immer für begehrenswert hältst. Sie will dir Gutes tun. Sie möchte mit dir Fotos machen und sie auf Social Media teilen. Sie möchte dich beanspruchen. Sie will es allen zeigen, dass ihr zusammen gehört. diese Person möchte mit dir in tiefer Liebe sein, wahnsinnig verliebt. Eine solch tief intime Nähe. dass sie sich wie die glücklichste Person auf der ganzen Welt fühlt. Diese Person wünscht sich immer in deiner Nähe zu sein. Sie möchte in der Öffentlichkeit mit deiner Hand halten. Möchte dich küssen vor all ihren Freunden. Möchte ihren Status auf Social Media ändern auf in einer Beziehung. Dein Schatz möchte dich heiraten. Diese Person stellt sich diese Dinge die ganze Zeit lang vor und möchte dir ihr Herz öffnen und die innersten Geheimnisse mit dir teilen. Diese Person will nichts weiter als dir ganz nah zu sein. Diese Person will dich lang und ausgiebig küssen und dich umarmen. Diese Person will unbedingt in deinem Leben sein und möchte ganz zärtlich deine Hand halten. Will dich überall mit hinnehmen. Will wissen, was du vorhast in jedem einzelnen Moment. Sie will mit dir leben. Sie will neben dir einschlafen und will mit dir an einer Seite aufwachen. Diese Person möchte auf deine Bedürfnisse hören. Sie möchte die Dinge einfach richtig machen. Denn ihre größte Angst ist es, dich zu verlieren. Und sie möchte sicherstellen, dass du immer zufrieden bist und glücklich und absolut erfüllt. Denn es bringt ihr die größte Freude, wenn du lächelst. diese Person will dir Liebe zeigen auf die bestmögliche Art und Weise. Widme dir ihr ganzes Herz, weil es sie so glücklich macht, dies zu tun. Sie will alles tun, um dir die ganze Welt zu geben. Diese Person will dir zeigen, dass sie sich um dich kümmert. Diese Person denkt ununterbrochen an dich. und liebt nichts mehr, als sich dir direkt neben sich vorzustellen. Sie liebt den Klang deiner Stimme und sie will dir ständig körperlich nah sein und deine Haut berühren. Diese Person will seine Arme um dich legen und dich niemals gehen lassen. Diese Person will unsterblich in dich verliebt sein. Sie will dir die größte Hingabe schenken, die größte Freundlichkeit, Partnerschaft, größte Partnerschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie will sich an jedem einzelnen Tag mehr und mehr in dich verlieben und sie legt dir die ganze Welt zu Füßen. Diese Person kann nie genug von dir bekommen. Sie ist so liebeskrank, so besessen und so süchtig nach dir und sie hört nie auf, es dir zu sagen. Dein Schatz will das tun. Sie will ständig dein Herz gewinnen an jedem einzelnen Tag und zeigt dir ihre Wertschätzung. wie sie her sie dich liebenswert und wunderbar findet. Es sind die Dinge, die ihr Herz höher schlagen lassen vor Freude. sie will ganz sicher wissen, dass du das weißt und deswegen weißt du, was in ihrem Herzen ist. Sie will für dich ein offenes Buch sein und schüttet dir alles aus. Du bist die Person, die mit deiner neuen Liebe zusammen ist. Du fühlst dich genauso, weil deine Manifestation schon eingetreten ist. Du bist mit deiner neuen Liebe zusammen. Alles, was früher war, ist nun vollkommen vergessen. Du bist jetzt eine vollkommen neue Version von dir, die mit seinem Traumpartner zusammen ist. Du siehst, dass ihr glücklich zusammen seid. Deine Person ist verrückt nach dir. sie zeigt dir jeden Tag, wie sehr sie dich liebt. Natürlich weiß deine Person von dir und freut sich auf dich. Du hörst diese Suggestionen so lange weiter, bis dein Traumpartner voll und ganz bei dir ist. Das, was ich suggeriere, ist bereits Realität. Dein Schatz ist bereits bei dir. du bist für deinen Schatz die tollste Person, die es gibt. Und du fühlst dich klasse und siehst auch an jedem Tag noch besser aus. Und du spürst, wie das Glück über deine neue Beziehung immer mehr in dir aufsteigt. Beziehung aufsteigt. Beziehung aufsteigt. Beziehung aufsteigt. Beziehung